Wack, ich häng fest! Oh man, kacke ey, ich hab scheiß gebaut. Was heißt ich hab scheiß gebaut? Das ist ein blöder Bug. Das nennt man den Hausbumser. Ja, ich kann hier nichts machen. Ich kann nur warten bis ich sterbe. Ach scheiße, das ist ein blöder Bug. Ich komm hier aber auch nicht raus. Ja, ich kann hier nichts mehr machen. Scheiße, doch, ich komm raus. Gott sei Dank. Alter, schaut euch dieses Autogebumse an. Das nenne ich dann mal einen geilen Autosex mit Baum und Haus. Oh ja, das Auto steht aufs Haus. Das bumst die Hütte. Da wird die nur eifersüchtig. Könnt man sogar... Steckt die Waffe weg? Könnt man sich erfahren lassen? Das bringt halt nichts, ne? Der gibt richtig Gas da oben, ne? Das ist cool. Schauen wir uns das vielleicht von nahe an. Wo ist er? Das nenne ich mal Autobomsen mit dem Haus. Weltbester Bug. Das ist cool. Das ist einfach nur cool. Dann machen wir noch. Boom, Digga! So. Vielleicht hilfst du, dass wir denn den Baum wegräumen. Aber ich glaube, den kann er nicht rumfahren. Bewegung! So, ich muss hier weg, weil... Das ist scheiße hier. Ach, Entschuldigung. Berufen mal einer den Notarzt. Notruf. Was ist der Grund ihres Anrufs? Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ah, hier ist Geld. Das kommt man zu holen. Oh, scheiße. Bitte weg. So. Hier ist Geld, Geld, Geld. Und auch eine Forschung. An alle. Dem Verdächtigen wurde eine Streife hinterher geschickt. Suchen die mich? Ja, scheiße. Muss mich verstecken. Oh, nö. Jetzt wissen sie, wo ich bin. Ach, scheiße. Welches Arschloch hat mir jetzt wieder abgeballert? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das MG rausgeholt. Mist. So ein Scheiß. Wenn man sie blöd spielt. Aber ich glaube, es kostet nichts, wenn du drauf gehst. Zumindest mal, ne? Aber ich wollte die Kohle, Mann. So, jetzt schauen wir sie hier mal um. Also, das können wir nehmen. Wo ist denn das? Ich brauche einen Stapler, der das wegräumt hier. Aber hier ist keiner. Mit dem Kleinen werdet ihr das nicht kriegen, oder? Mit dem da. Kann man mir vorstellen. Dann komme ich ja nicht mehr rauf. Ach, komm. Scheiße. Und wenn ich den Kleinen hier runterlasse? Dann komme ich zumindest rein. Ja, das geht. Okay. Wir haben's. Das geht. So, dann ist da noch was. Gegenüber. Und zwar da oben. Das ist ein Sperrbezirk. Ja, das ist ein Sperrbezirk. Die werden das nicht lustig finden, wenn ich da reingehe. Hey, verpiss dich hier. Du hast ihn nicht zu suchen. Was? Alter. Das ist mich verarschen, Alter. Verschwinde hier. Alter, schubs mich nochmal. Junge. Hast du Glück, dass ich hier keinen Stress jetzt habe? Was? Ja, am Arsch. Pisser. Gehen wir den mit dem Sack, du. Was glaubt der, was er hier macht? So, wir müssen aber trotzdem ein bisschen, ich würde da ein bisschen, wir könnten ja diesen Kopf da raufschicken, ne? Was mache ich jetzt auch? Vielleicht kann ich's erholen. Ich glaube zwar nicht, dass es so easy geht, aber man kann's ja probieren. Okay, das ist nicht gut. Oh, geht's? Nö, scheiße. Weißt du was? Das geht nicht, wir müssen rein, Leute. Wo haben wir nur dieser scheiß Mikros her? So, wieder einer weniger. Das darf mich halt keiner sehen, dann geht das ohne Probleme. So, komm rauf. Komm da. Komm da noch nicht. Ruft jetzt irgendwie wieder die Pulten oder was? Ich seh den doch, der... Ah, da ist er. Ah, da ist er im Arsch. So, aber ich habe jetzt wieder alle am Hals. Das ist mein Problem am bisschen. Oh, nö, nö, nö. Alter, verpisst du... Oh, ne, Heli? Ernsthaft? Wir haben Schlüsse, wir gegen der Erde in den Feuer. Stehen an der Beschlüsse. Ach, das geht so nicht, das geht so nicht. Oh. Scheiße, du kleiner Wichser. Ich hätte Nachkampf machen sollen, du kleiner Homo. Na, warte. Die reiß ich im Arsch auf. Ja, diese Dreckspullen gehen mir im Arsch, Mann. Die, die da drin sind, diese Fushis, die sind doch nicht das Problem. Scheiß Dreckspullen, der Dinge. Ohne Scheiß. So, das machen wir jetzt nochmal. Diesmal nietet ich die einfach rum, hey. Ich bin nicht rumgespielt hier, die werden einfach rumgenietet und fertig. So, ist aber lustigerweise nicht mal ein Sperrbezirk. Null. Ja, weil ich die alle eh schon rumgenietet habe. Es waren ja nur mit den Bullen lästig. Sonst ist eh alles rutscher. So, jetzt müssen wir da rauf. Das geht hier ganz gut. Dann habe ich es. Fertig. Ist noch eine Hasche hier. Easy, peasy, cheesy. Hey, ich brauche immer zwei Anläufe. So, abgezockt. Juhu. Hier rein wäre ja auch nicht schlecht, ha? Das ist wahrscheinlich bei einer Mission, weil ich kann jetzt nicht rein. So, da drüben gibt es eine Kohle. Die würde ich gerne haben, aber die werden das nicht so lustig finden. Oh, Hund. Und jemand. Das heißt... So, den Hund, den müssen wir loswerden. Ich bedäub den mal. Ich bin ja kein Tierquäler. So, hält mal. Sieht keiner mehr da, oder? Der, der auf der her geht. Nö, haut hin. So, ich habe mein Zeug. Ab geht's. Perfekt gelaufen. So soll das sein. So, versteck mal die Waffe. Wieder nicht, dass mal einer am Sack geht. Juhu, läuft wunderbar. So, so macht man das. Gib mir mal Geld, du. Gibst du mir auch Geld? Dankeschön. Du auch? Der chattet wieder mit irgendeinem Bauern. Anstatt, dass er mal Geld gibt. Was ist mit dir? Dein Handy soll brennen. Okay. Juckt, juckt in der Hose, ha? Einfach nur lustig. Kann man die hacken? Will die ganze Straßenbahn hacken? Das wäre lustig. Der hat Kohle. Der hat Kohle. Der hat Ladung. So, passt schon. Hauen wir ab. Ja, Moment mal. Erforschungsdings gibt es hier. Den holen wir nur. Ich frage jetzt nur, wie komme ich rauf? Es ist drinnen, oder was? Okay. Ja, müssen wir schauen, wie ich da reinkomme. Hier vielleicht. Nope. Hier nicht, hier nicht. Wahrscheinlich andere Seite. Hier geht es auch nicht rein. Ja, irgendwo muss ich da reingehen. Was gibt es denn da? Über den Kram? Wo ist die Welt ein besserer Haus? Hier nicht. Da nicht. Da hinten auch nicht. Wie kommen wir denn da rein? Technik macht die Welt nicht besser. Über den Kram vielleicht? Kann das sein? Das ist ja lustig. Warte mal, wie geht das schnell? Das ist ja lustig. Das ist ja wirklich lustig. Alter, das ist ja... Oh, ups. Warte mal, wie geht das schnell? Na komm. So. Ich habe eine Idee. Aber da muss ich jetzt aufpassen, ne? Wenn ich mich irgendwo... Aber ich will hier rein ins Gebäude eigentlich. Nur nicht hier... Keine Ahnung. Rumdackeln. Wo ist denn der Scheiß? Da drüben. Okay. Eigentlich bringt man der Kran eh... Na gut, ich könnte mich rüberheben lassen. Weil da kommen wir ja nicht rüber, ne? Oder doch, da kommen wir rüber. So. Ja, die Frage ist, ist oben überhaupt richtig? Rüber! Okay, das hätten wir. So, hier sind wir schon mal. Hier muss ich nichts machen. Das ist mein Problem. Ich muss runter. Und zwar da rein. In das gegenüber. Wie komme ich denn da rein, Mann? Keine Ahnung. Es hat sicher irgendwas mit dem... Oh! Boah, ich dachte ich fliege runter. Es hat sicher irgendwas mit dem Kran zu tun. Da bin ich mal sicher. Ach komm. So. Wenn wir jetzt mit dem Kran da ein bisschen rumfahren. Mal schauen, ob es was bringt. Lustig ist auf jeden Fall. Also nach oben. Aber sachte bitte, ja? Ich glaube, das bringt mir gar nichts. Aber egal. Wir machen es mal alleine schon, was lustig ist. Bis dann, Sam. Hau rein. Moment. 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 So, ich würde fast behaupten, ich komme im Moment nicht drauf, wie ich da reinkomme, aber egal. Warte mal, ja, ne, 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 oh, ich bin ein lebendes Wesen, schön lieb zu mir sein, lieber Herr Kran, oh Gott, scheiße, das ist ein bisschen gefährlich. Ne, warte mal jetzt, so müssen wir rüber, so, oh, scheiße, ne, 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 au, scheiße, Mist, ah, haut mir der da raus, beziehungsweise hau ich mich selber raus, ich dödel, hey, Moment mal, da war was, achso, das ist ein Auto, ich weiß nicht, wie da hinkomme, also, warte mal, wie geht das jetzt so, Dann geht es nach oben, oder, ja, die Navigation ist schon sehr schwierig von dem Scheißteil, da muss man schon aufpassen, wo man hinfährt. Ne, das ist nicht in die andere Richtung, so, so, ah, das geht nicht mehr weiter, oder wie, doch, geht ein bisschen weiter noch, haben wir jetzt die Grenze, ne, das bringt mir gar nichts. Das bringt mir überhaupt nichts, Leute, das bringt mir überhaupt nichts. Ich muss da rein und ich weiß nicht, wie. Das ist im Gebäude, das ist mein Problem. Gehen wir da runter. Ich hau mich schon wieder selber raus, glaube ich, nein, 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 aua, lol, selber gefickt, eingequetscht, kann man sagen, kann passieren. Egal, ich will das jetzt haben, das muss man doch irgendwie kriegen, das kannst du nicht, zeig mal nicht den Finger geben, das mag ich gar nicht. Gut, also, wie kriegen wir das, Leute, das kann, wo ist es jetzt, das muss doch irgendwie gehen, man, über die Camps, glaube ich, ne, warte mal, da ist eine Kamera, so, aber die Kamera bringt man, da ist es, da, warte mal, außer Reichweite, ja, das ist aber ein, äh, falsche, Hecken. Äh, äh, wie komme ich da rein, hier ist ja nirgends ein Loch oder sowas, wo ich mit dem Kleinen vielleicht durch könnte, das würde ich verstehen, aber da ist nix, da ist gar nix, irgendwie. nix ist da einfach, hier kommt man nirgends rein, da kommen wir nach oben, ja, aber was soll ich da oben, da ist auch kein offenes Fenster oder so, da ist nix. Ich verstehe es echt nicht. Gehen wir mal da rauf, da rauf, da rauf, so, hier kann ich rauf, das ist alles Rotscher, so, dann gehen wir da rauf, das verstehe ich auch noch. So, und jetzt hänge ich an. Das ist hier unten. Ich weiß nicht, was er da drüben soll. Mal mal kurz was gucken. Kann man da rein? Nee, oder? Da ist nix. Äh, wenn ich da jetzt rübergehe? Ah, okay, wir haben was, mit sowas kann ich was anfangen. Irgendwie muss der reingehen, ne? So, dann fahren wir da jetzt chillig rein. Plumps. Wir machen wieder mal nen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Ich würde mich like. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018